Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich werde mich zu vier Punkten äußern. Erstens zur Afghanistan-Konferenz, die zurzeit in Bonn auf dem Petersberg stattfindet. Zweitens zum geplanten EU-Gipfel in Paris. Drittens zur Diskussion um das NPD-Verbot und viertens zu den Ergebnissen unserer Gremiensitzung. Heute beginnt ja in Bonn auf dem Petersberg die Afghanistan-Konferenz. Am Wochenende haben sich viele, auch Mitglieder der Partei Die Linke, an Friedensaktivitäten beteiligt. Am Sonnabend gab es eine große Demonstration mit mehreren tausend Menschen durch Bonn. Auf dieser Demonstration und den Kundgebungen wurde ganz klar die Forderung formuliert, dass die Truppen jetzt sofort aus Afghanistan abzuziehen sind. Es wurde auch Kritik formuliert an der Konferenz, zu der die Bundesregierung eingeladen hat. Der Kernpunkt der Kritik besteht darin, dass wichtige Akteure der afghanischen Zivilgesellschaft nicht zu dieser Konferenz eingeladen wurden, dass wichtige Länder wie Pakistan fehlen und dass es kein klares Ziel einer Beendigung des Krieges gibt, was wirklich als Ergebnis der Konferenz stehen könnte. Es wird zwar viel gesprochen über den Truppenabzug bis 2014. Das ist für Deutschland ein Datum, bei dem sich die Bundesregierung um die Diskussion um Afghanistan versucht, im Bundestagswahlkampf herumzumogeln. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht gelingen wird. Wir als Linke sind der Auffassung, dass die Bundeswehr sofort aus Afghanistan abgezogen werden muss und dass alle weiteren militärischen Handlungen ein Hindernis bei der Entwicklung der Zivilgesellschaft sind. Wir sind dafür, konkrete Vorschläge und auch konkrete Zusagen für eine zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit, für eine friedliche Entwicklungszusammenarbeit zu formulieren. Strikt sind wir gegen die Vermischung von militärischer und ziviler Arbeit. Die Frage, was man in Afghanistan erreichen kann, wird ja immer wieder gestellt. Was ist erreicht worden? Die Frage, die aber viel zu selten gestellt wird, ist, wie eigentlich dieser Krieg finanziert wird. Und eine entscheidende Frage, wie sich Warlords und Taliban finanzieren, ist ja der Drogenhandel. Also ist ein Schlüssel der Lösung des Problems, dass man den Menschen in Afghanistan eine andere Perspektive gibt, ihnen eine andere Perspektive bietet, als sich über den Handel mit Drogen finanzieren zu müssen. Wir haben auch in der Bundesrepublik immer sehr heftige, sehr mit unterschiedlichen Argumenten gestaltete Diskussionen, wie teuer dann der Bundeswehreinsatz der Krieg in Afghanistan ist. Da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Es gibt die Möglichkeit, natürlich diesen Einsatz klein zu rechnen, indem man zum Beispiel alle militärischen Kosten herausrechnet, die entstehen, wenn Militärfahrzeuge, Flugzeuge, Schützenpanzer angeschafft werden, wenn alles, was mit der medizinischen Versorgung der Soldaten zu tun hat, herausgerechnet wird. Wir haben jetzt eine Berechnung vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die diese Faktoren alle zusammengenommen haben, die ich eben benannt habe, und berechnet haben, dass jedes Jahr, in dem Deutschland im Afghanistan-Krieg ist, zweieinhalb bis drei Milliarden Euro ausgegeben werden. Aber für mich ist die entscheidende Frage, dass Deutschland eine zivile, eine friedliche Außenpolitik gestalten muss. Und ich füge hinzu, das ist übrigens auch das Beste für die deutschen Soldaten, die wir zurückholen sollten aus Afghanistan. Und wenn wir uns anschauen, mit welchen gravierenden Problemen Menschen zu kämpfen haben, die im Kriegseinsatz in Afghanistan waren, dann unterstreicht das, glaube ich, auch noch einmal diese Forderung. Alles, was Soldaten dort auch erlebt haben, erlebt haben, was zu schweren posttraumatischen Störungen führt, wird in der deutschen Öffentlichkeit fast völlig ausgeblendet. Und auch das ist ein Zustand, der sich ändern muss. Und das Beste für die Soldaten ist, sie zurückzuholen. Zum zweiten Punkt. Vorbereitung auf den Euro-Krisengipfel. Wir hatten ja in der vergangenen Woche am Freitag im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und sie hat aus meiner Sicht wiederum deutlich gemacht, dass sie nicht gewillt ist, die Probleme wirklich so zu lösen, dass es eine langfristige und nachhaltige Lösung ist. Für uns als Linke ist der Schlüssel zur Lösung der Finanz- und Wirtschaftskrise die Solidarität innerhalb Europas. Und was wir jetzt erleben, ist genau das Gegenteil von Solidarität. Die Regierung Merkel versucht, die Agenda 2010 zu exportieren. Sie versucht, anderen Ländern einen Steinzeit-Neoliberalismus aufzuzwingen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was zum Beispiel in Italien passiert ist, wie die Großaktionäre, die Banken und die Spekulanten auf die Verkündung des italienischen Sparpakets reagiert haben, dann ist das etwas, was zeigt, wem diese Politik nutzt und wem sie nichts nutzt. Wir haben als Linke die klare Forderung, dass die Finanzierung der Staaten von den Finanzmärkten abgekoppelt werden muss. Wir brauchen eine öffentlich-rechtliche Bank, die die Staaten finanziert. Und die Staaten dürfen nicht Spielball der Finanzmärkte sein. Wir haben im Jahre 2010 in Europa, in der Eurozone, ein verwaltetes Vermögen von 27 Billionen Euro. Und wenn wir uns einmal anschauen, wie groß der Rettungsschirm, der nur gehebelt sein soll, er soll 2 Billionen Euro betragen, dann wäre es nur mal 7 Prozent von diesen 27 Billionen, die allein diesen Schirm füllen könnten. Und dazu müsste man überhaupt niemanden etwas wegnehmen. Man müsste nur die Besitzer dieser Vermögen veranlassen, im Rahmen einer Anleihe dem Rettungsschirm Geld zur Verfügung zu stellen. Wir wollen als Linke, das ist eine wichtige Aufgabe, der wir uns auch stellen, gemeinsam mit den Vertretern der linken Parteien, mit den Vertretern von Gewerkschaften anderer europäischer Staaten auch Solidarität organisieren, dazu unseren Beitrag leisten. Wir haben uns solidarisch erklärt mit den Demonstrationen in Griechenland. Dort ist ja auch Klaus Ernst zu Besuch gewesen und hat gesprochen. Auch in Portugal gab es einen Generalstreik. Auch das haben wir solidarisch unterstützt. In der folgenden Woche, am 12. Dezember, werden sich die Vorsitzenden der europäischen Linksparteien in Brüssel treffen, um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, wie wir gemeinsam in Europa den Widerstand gegen Kürzungsmaßnahmen und gegen ein unsolidarisches Europa entwickeln wollen. Dritter Punkt, NPD-Verbot, Diskussion um das NPD-Verbot. Uns erreichen ja jetzt täglich neue Meldungen, wie viel größer das Unterstützernetzwerk für die verbrecherische Nazi-Zelle war. Und erst drei dieser Unterstützer sind in Untersuchungshaft genommen worden. Wir haben ja in der letzten Woche die Pressekonferenz des Bundeskriminalamtes zusammen mit der Bundesanwaltschaft verfolgen können und haben dort den ja fast schon hilflosen Aufruf erlebt an die Bevölkerung, man solle doch Hinweise geben. Und es wurde bedauert, dass es bisher nur 250 Hinweise aus der Bevölkerung gab. Nun ist natürlich die berechtigte Frage, die nicht diskutiert wurde, welchen Schutz bekommen dann Menschen, die dem Bundeskriminalamt oder an anderer Stelle der Polizei Hinweise geben. Auf rechtsextremistische Zellen werden sie ernst genommen, werden sie ernsthaft geschützt oder gefährden sie ihr eigenes Leben. Ich glaube, diese Frage muss sehr, sehr ernst genommen werden. Ansonsten ist die Gefahr, dass es wenig Hinweise, weniger Hinweise gibt aus der Bevölkerung, glaube ich, weiterhin gegeben. Wir als Linke wollen, dass der Deutsche Bundestag einen Untersuchungsausschuss einsetzt, der sich mit der Rolle des Verfassungsschutzes der verschiedenen Landeskriminalämter, natürlich auch des Verfassungsschutzes auf Bundesebene auseinandersetzt. Wir können nicht akzeptieren, dass hinter verschlossenen Türen in Geheimgremien Befragungen stattfinden oder gar Befragungen verhindert werden. Darum ist auch mein Appell an die Fraktion der SPD, gemeinsam mit den Grünen und mit uns, den Linken, einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag zu fordern. Das Quorum würde durch diese drei Fraktionen gemeinsam gut erreicht werden können. Nicht zuletzt möchte ich noch einmal die Forderung bekräftigen, dass endlich die Extremismusklausel, die Ministerin Schröder erfunden hat, zurückgenommen werden muss. Dadurch werden viele Projekte der Zivilgesellschaft unter einen Generalverdacht gestellt, der nicht akzeptabel ist. Nun kann man sagen, das ist ja alles schon häufig gesagt worden. Das haben wir auch in den vergangenen Wochen im Bundestag mehrmals zur Sprache gebracht. Aber letztendlich gilt diese Klausel noch und man muss es so lange fordern, bis es abgeschafft ist. Letzter Punkt zu den Ergebnissen unserer Gremiensitzung. Wir haben uns natürlich mit der aktuellen politischen Situation auseinandergesetzt. Wir haben auch zur Kenntnis genommen, dass die SPD auf ihrem Parteitag um den richtigen Weg streitet, dass Herr Steinmeier vor einem Linksruck gewarnt hat. Aber das wird man vielleicht erst am Ende nach den Beschlüssen des Parteitages sehen, welche Einschätzung nun richtig war. Aber auf alle Fälle möchte ich an dieser Stelle auch meinen Glückwunsch an den wiedergewählten Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Sigmar Gabriel aussprechen, der ja mit einem Ergebnis von über 90 Prozent bestätigt wurde, was natürlich ein sehr gutes Ergebnis für einen Parteivorsitzenden ist. Aber zurück zur Linken. Wir werden am folgenden Wochenende in Elgersburg ein Treffen des geschäftsführenden Parteivorstandes mit den Landesvorsitzenden und Landessprechern, den Fraktionsvorsitzenden, den Vertretern des Bundesausschusses und auch der Rosa-Luxemburg-Stiftung haben, wo wir uns verständigen werden. Einerseits ein Rückblick auf das letzte Jahr und zum zweiten die Planung für das nächste Jahr. Da steht natürlich im Mittelpunkt, wie setzen wir unser beschlossenes Grundsatzprogramm um? Wie stellen wir die Fragen der sozialen Gerechtigkeit, die Fragen einer nachhaltigen Entwicklung so auf den Mittelpunkt der politischen Diskussion, dass sie auch konkret werden und dass man anfassbare Projekte hat und wir auch gemeinsam mit den Menschen in unserem Land etwas verändern können? Einen Punkt, den ich dazu als letztes erwähnen möchte, ist die Frage natürlich, die wir auf dem Parteitag auch sehr zentral diskutiert haben, die Eigentumsfrage. Wir haben ja im nächsten Jahr das UNO-Jahr der Genossenschaften und das wird zum Beispiel ein Schwerpunkt für uns sein, wie kann man aus genossenschaftlichem Eigentum, aus gemeinschaftlichem Eigentum auch Alternativen in der Gesellschaft entwickeln. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.